Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu einem Rezeptfrei-Spezial begrüßen. Rezeptfrei ist ja unser Titel. Wir wollen Dinge, die außerhalb von Medikamenten sind, besprechen. Wie kann ich mit meinem Lebensstil Dinge verändern? Wie kann ich Dinge, wenn ich Erkrankungen habe, die in den Griff bekommen? Und ein großes Thema, was wir im Bereich der Diabetologie haben, aber auch außerhalb der Diabetologie, das sind die sogenannten Nervenschmerzen, die Diabetische Polyneuropathie. Und auch da gibt es Therapieoptionen, wo man keine Medikamente braucht, die sogenannte Elektrotherapie oder hier in dem speziellen Fall, worüber ich heute berichten will, die Hochtontherapie. Bevor wir mit diesem Thema beginnen, möchte ich erst mal meine Conflicts of Interest darstellen. Das ist guter Brauch im Bereich der Medizin. Ärzte, Wissenschaftler zeigen, von wem sie Forschungsunterstützung bekommen haben, wo haben sie Vortragstätigkeiten und Honorare bekommen und wo machen sie Beratung. Und bei diesem Thema kann es Konflicts und könnte es Conflicts of Interest geben im Bereich, dass wir eine Forschungsunterstützung von der Firma GBO Gerätebau bekommen haben, die Geräte zur Hochtontherapie herstellt. Aber das ist halt immer so, wenn man Forschung betreibt, braucht man eine finanzielle Unterstützung. Man braucht Unterstützung nicht nur in finanzieller, sondern auch mit den Geräten, um Dinge zu analysieren. Und deshalb sage ich das vorneweg, dass Sie wissen, dass es hier Konflikts möglicherweise gibt. Ja, das Thema Polyneuropathie. Das Bild bringt das, glaube ich, sehr schön zum Ausdruck. Die Füße, die Beine bei Personen, die betroffen sind, die berichten darüber, dass es kribbelt, dass es schmerzt. Und gerade dann, wenn man zur Ruhe kommt. Häufig erleben das die Patienten, sie sind ruhig, sie kommen nach Hause, legen sich hin oder legen sich ins Bett, um zu schlafen. Und plötzlich beginnt wieder dieses Kribbeln, dieses Schmerzen. Und der Begriff Polyneuropathie, das ist ja eigentlich ein Begriff, der aus dem Griechisch-Lateinischen kommt. Poly heißt viel, Neuron ist der Nerv und Pathos ist das Leiden. Also das sind viele Nervenleiden. Das bedeutet, es sind viele Symptome, es sind aber auch viele Nerven betroffen. Und das ist ein Begriff, der sich eigentlich auch in den normalen Sprachgebrauch eingeschlichen hat. Häufig sagt man ja immer wieder, Polyneuropathie ist ein Fremdwort. Aber manchmal, wenn man mit Patienten darüber spricht und sagt, wie sieht es denn bei ihren Nerven aus? Haben sie Nervenschäden? So weiß ich nicht. Und man sagt ja, ich meine Polyneuropathie. Ach ja, das weiß ich. Das ist halt der Begriff, den viele halt kennen. Also ein Begriff, der hinter einer ganzen Tragik von unterschiedlichen Beschwerden steht. Wie häufig sind Polyneuropathien? Und was sind die Ursachen? Die Häufigkeit, dazu ist es ganz schwer, etwas zu sagen. Wir hören das immer wieder Patienten im älteren, vorgeschrätzten Alter, dass sie über solche Beschwerden klagen. Manchmal werden diese Beschwerden auch durch Blutungsstörungen zugeordnet. Aber die Neuropathie ist eigentlich eine ganz klassische, haben ganz klassische Beschwerden. Und wir wissen es, dass zum Beispiel ein kleiner Teil der Personen, die zu viel Alkohol trinken, die also da sich dem Alkohol zu sehr hingegeben haben, das bekommen können. Also das ist eine der Ursachen, aber nur eine kleine. Und häufig werden die Leute einfach, wenn sie eine Neuropathie haben, einfach gesagt, die haben halt zu viel getrunken. Aber das stimmt nicht. Wir haben ein Drittel der Patienten, von denen wissen wir überhaupt nicht, warum sie das haben. Es gibt ganz viele Ursachen oder es gibt völlig, ich habe immer wieder Patienten, die sind in Spezialzentren durchuntersucht worden und die Ursache ist unbekannt. Da spricht die Medizin immer von der idiopathischen Neuropathie. Idiopathische heißt unbekannt. Also klingt toll, sagt aber eigentlich auch nur, keine Ahnung, warum der Patient diese Neuropathie bekommen hat. Ein Drittel, und das ist halt zahlenmäßig die größte Gruppe, die homogenste Gruppe, das sind die Patienten, die einen Diabetes haben. Diabetes, speziell der Typ 2 Diabetes, der im Alter häufiger auftritt, wo die Menschen übergewichtig sind, bei dieser Form des Diabetes treten, die merkt man nicht. Manchmal laufen Patienten über Jahre mit erhöhten Blutzuckerwerten herum, weil sie nicht zum Arzt gehen, weil da vielleicht der Blutzucker nicht bestimmt wird. Und irgendwann treten die Beschwerden auf, die ich Ihnen gleich etwas mehr im Detail darstellen möchte. Ja, weitere Ursachen, gibt es Infektionskrankheiten, es gibt Viren, Zosterviren, es gibt 200 Ursachen, bei denen bekannt ist, daraus könnte sich eine Polyneuropathie entwickeln. Und zwei Vitamine, Vitamin B, 1 Vitamin B12, aber manchmal auch Folsäure, das sind so diese Neurogen, also die für die Nervenversorgung wichtigen Vitamine. Wichtig ist nur, die bestimmen zu lassen, sind die normal, vergessen Sie irgendeinen Vitaminmangel. Es gibt immer wieder Patienten, die sich dann mit sehr hohen Dosierungen von diesen Medikamenten behandeln und hoffen, dass die Beschwerden weggehen. Da muss man aber nur sagen, wenn kein Vitaminmangel vorliegt, dann braucht man auch keine Vitamine ersetzen. Das wird leider gerne in den Medien, auch in der Reklame, zu sehr nach oben getragen, weil natürlich wollen alle ihre Vitamine verkaufen. Die nicht schmerzhafte und die schmerzhafte Neuropathie, das unterscheiden wir. Fangen wir einfach mal bei der nicht schmerzhaften Polyneuropathie an. Das heißt nicht, dass die angenehm ist, sondern die ist im Endeffekt eine Form, die nicht so im primären Bereich mit Schmerzen zusammenhängt. Die Personen gehen manchmal unsicher. Ich sehe das schon, wenn ich mir Patienten aus dem Wartezimmer abhole, dann laufen die wie so auf Eiern, so ganz komisch. Dann weiß ich immer schon, das ist eine Blickdiagnose. Der muss eine Polyneuropathie haben. Manchmal sind auch Missempfindungen da. Das Temperaturempfinden ist gestört. Also wenn jemand mit so einer Neuropathie in die Sauna geht und nicht aufpasst, dass da der Boden heiß ist, dann kann man mit ziemlich starken Verbrennungen rauskommen oder beim Badewasser vorher mit der Hand fühlen, weil die Neuropathien treten hauptsächlich an den Füßen auf. Und wenn man wirklich keine Temperaturempfindungen hat, dann sollte man ein Badewasser wirklich ganz genau vorher testen. Vielleicht mit einer Temperatur, mit einem Thermometer oder auch mit der Hand. Es gibt Ausfälle der Sensibilität, also der Gefühlsempfindung, Taubheitsgefühle. Und das ist halt manchmal ganz schön gefährlich, weil wenn dann ein kleiner Stein im Fuß ist, im Schuh ist, dann läuft man auf diesem Schuh oder man merkt nicht, dass man eine Verletzung hat. Wo jeder andere sagen würde, oh, das tut aber weh, da laufen die Menschen weiter. Und dann können immense Geschwüre auftreten, es können deutliche Verletzungen auftreten, die bis hin zur Amputation führen. Wir sprechen dann immer auch vom diabetischen Fußsyndrom. Schlafstörungen können auch auftreten und kribbeln. Aber das sind so Beschwerden, die dann auch schon stärker in den Bereich der schmerzhaften Neuropathie kommen. Die schmerzhafte Neuropathie, das ist nicht mehr so ein leichtes Kribbeln, sondern das ist dann schon so ein bisschen intensives Kribbeln. Wir haben dann manchmal brennende Schmerzen, krampfartige oder einschießende Schmerzen. Diese Patienten liegen im Bett und haben dann manchmal das Gefühl, ihnen legt einer irgendwelche elektrischen Stromschläge an. Und das kann manchmal auch mitten im Schlaf passieren. Dann wachen die Menschen auf und gehen dann etwas herum, gerade bei diesen stechenden Schmerzen, kühlen dann vielleicht die Füße und legen sich dann wieder hin. Und wenn das so zwei- oder dreimal in der Nacht passiert, jeder, der Kinder hat und als die klein waren, häufig geschrien haben, weiß, was es bedeutet, wenn man keinen ruhigen Schlaf hat. Das ist Stress und da geht die Lebensqualität sehr weit nach unten. Polyneuropathie ist eine Erkrankung des peripheren Nervensystems. Also peripher heißt, das ist das Nervensystem, nicht das zentrale Gehirn und Rückenmark, das ist das zentrale Nervensystem. Und von denen gehen dann die Nerven heraus und diese Nerven verbinden das Gesicht, die Gliesmaßen, die Organe und auch die Sinnesorgane mit der zentralen Stelle, mit dem Rückenmark und mit dem Gehirn. Diese Nerven transportieren nicht nur zum Beispiel in die Muskeln den Impuls, du musst den Muskel bewegen, sondern die zeichnen auch auf, wo ist der Muskel gerade, wie steht das Ganze, solche sogenannten Stellrezeptoren. Und wenn das gestört ist, dann treten halt so komische Gänge auf, weil dann der Fuß nicht weiß, wo ist der Oberschenkel. Und das kann dann in solchen ganz komischen Wegen gehen und das kann auch manchmal zu Lähmung führen. Also der peripheren Nerv ist der Transporter und der ist aufgebaut aus einem Kern und aus einer Verlängerungsschnur quasi. Also diese Verlängerungsschnur, die ist wunderbar isoliert. Und wenn so eine Verlängerungsschnur, wenn Sie zu Hause eine haben, wo die Isolation kaputt geht und das ist gerade bei der diabetischen Nervenschädigung eine der Ursachen, dann kommt es halt da zu Fehlfunktionen. Entweder funktioniert die Verlängerungsschnur nicht mehr oder es kommen irgendwelche Spannungen, es treten Überschläge auf, der Funkenschlag und das ist das, was man dann als Schmerzen wahrnimmt. Es wird also die Markscheide des Axons, das sind die Fachbegriffe und das Gehirn kriegt dann keine oder falsche Informationen. Also es ist keine Nervenschädigung im eigentlichen Sinne, dass die Nerven kaputt gehen, sondern es geht die Ummantelung dieser Nerven kaputt. Aber prinzipiell ist das kein großer Unterschied. Es gibt solche Polyneuropathien im Bereich der Sensumotorik. Sensum heißt also bei dem Gefühl, wenn Sie Taubheitsgefühle haben oder wenn Sie bei den Muskeln Probleme haben, das was ich gerade beschrieben habe. Aber es gibt auch natürlich viele Organe, die mit Nerven versorgt sind. Die Magen, dass der Magen kontrahiert und wenn man sehr lange einen Diabetes hat, dann kann es auch da zu Problemen kommen. Die Menschen haben keine Magenentleerung mehr oder die Magenentleerung ist verzögert. Wir sprechen dann von einer Gastroparese. Gott sei Dank sind das alles Beschwerden, die wir in den letzten Jahren deutlich seltener sehen. Früher waren die deutlich häufiger. Die Möglichkeiten der Diabetes-Einstellung haben sich ja in den letzten Jahren deutlich gebessert. Aber es gibt immer noch Patienten, die Durchfälle haben, weil im Endeffekt die Darmfunktion einfach nicht mehr so optimal funktioniert. Ja, die Neuropathie tritt häufig an den Füßen auf. An den Händen ist sie eher selten. Und wir sprechen dann von der distalen, symmetrischen Polyneuropathie. Und wichtig ist symmetrisch. Wenn einer Beschwerden in einem Fuß hat, dann ist das eine Nervenschädigung, die von irgendeiner Art Blockade kommt. Die vielleicht aus einem Bandscheibenvorfall stammt. Aber die Neuropathie tritt immer symmetrisch auf. Meistens an den Füßen, weil dort die Nerven am längsten sind. Ganz selten an den Händen. Da muss man immer wieder schauen. Da können auch andere Ursachen sein, dass man Verkrampfungen im Halsbereich hat. Oder dass man sogar ein Karpaltunnelsyndrom hat. Also die typischen Beschwerden sind an den Füßen und an den Beinen. Ich hatte es gerade schon genannt. Die inneren Organe können auch geschädigt werden. Eine Sache ist natürlich auch das Herz. Dass das Herz schlägt, das variiert. Und wenn die Variation wird ausgelöst, wenn ich Emotionen habe, jetzt habe ich sicherlich, weil ich spreche, eine höhere Aktivität des autonomen Nervensystems. Dann kommt es zu einer Varianz meines Herzschlages. Und wenn das nicht mehr ist, dann ist der sehr starr. Und das ist ungünstig. Wir wissen, dass die Personen dann halt auch stärker am Herzen gefährdet sind. Aber bei vielen der Neuropathien, wir können sie alle diagnostizieren. Aber von der Therapie sind wir sehr limitiert. Wenn wir uns nun anschauen, wie kann man die diabetische Neuropathie oder Neuropathien insgesamt identifizieren? Wie kann man sie diagnostizieren? Da gibt es ganz einfache Instrumente. Man braucht da keinen teuren Geräte, sondern man kann das mit so einem Mikrofilament machen. Das ist etwas, was jeder Patient mit Diabetes einmal im Jahr sollte er damit untersucht werden. Ob er merkt, dass man mit diesem Mikrofilament, das hat circa 10 Gramm, kann man diesen Druck an den Füßen spüren. Die zweite Untersuchung ist halt, ob man kalte, warm unterscheiden kann. Da gibt es solche Stäbe. Auf der einen Seite ist ein Metallteil, das ist kalt. Und unten ist der Plastikteil. Und da kann man halt auch schauen, merkt man das? Ist es kalt, ist es warm? Wer das nicht unterscheiden kann, der sollte beim Badewasser, was ich vorhin gerade schon erzählt habe, ganz sehr aufpassen. Weil dann kann es richtig gefährlich werden, wenn das etwas zu warm ist. Wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns an, welche Untersuchungsmethoden gibt es noch. Und das ist dann diese klassische Stimmgabel. Manchmal fragen mich Patienten, wollen wir jetzt singen, wollen wir jetzt Musik machen? Nein, diese Stimmgabel vibriert. Und die Patienten müssen dann sagen, wie lange sie diese Vibration wahrnehmen. Und oben an der Stimmgabel ist so eine kleine Skala. Wer das genau merkt, der hat acht Achtel. Und wer gar nichts merkt, hat null Achtel. Also die ist aufgeteilt in acht Teile. Und das ist wichtig. Diese drei Untersuchungen sollten jedes Jahr gemacht werden. Und wenn Sie im DMP-Programm sind und das wird nicht gemacht, Sie haben ein Recht auf diese Untersuchung. Und das ist halt extrem wichtig, dass Sie die auch machen. Das nächste Bild zeigt uns noch eine weitere Möglichkeit. Das ist der Reflexhammer. Weil auch die Muskeleigenreflexe gehen verloren, wenn man halt eine diabetische Nervenschädigung hat. Und deshalb ist es wichtig, dass auch die Reflexe, der Reflex einer Kniescheibe und auch an der Achillessehne regelmäßig untersucht werden. So, jetzt haben wir die Neuropathie diagnostiziert. Vielleicht eine schmerzhafte Neuropathie. Man hat nachts die Schmerzen. Und viele dieser Patienten berichten dann, dass sie halt mit den klassischen Schmerzmitteln kaum eine Wirkung haben. Also wer dann vielleicht Diclofenac oder Aspirin nimmt, der sagt, das hat überhaupt keine Wirkung. Und deshalb setzen wir in der Medizin Antidepressiva ein. Nicht, weil die sagen, das ist eine Antidepressiv, die Personen sind depressiv. Sondern wir setzen die ein, weil die als Nebenwirkung, als positive Nebenwirkung haben, dass sie die Beschwerden dieser schmerzhaften Neuropathie beeinflussen. Antikonvulsiva, das ist der Begriff für, wenn Personen andere Erkrankungen haben. Krampfanfälle. Antikonvulsiva geben wir bei Krampfanfällen. Und auch die haben eine kleine Wirkung dabei. Beide Medikamente haben aber meistens auch Nebenwirkungen. Machen trockenen Mund, beeinflussen die Reaktionsfähigkeit. Und aus diesen Gründen sind wir, sagen viele Patienten, es ist ja ganz schön, dass ich dann keine Schmerzen mehr habe, aber die anderen Beschwerden sind auch nicht so angenehm. Opiate sind die Ultima Ratio. Wenn jemand so große Schmerzen hat, da muss man auch durchaus für den Opiaten gehen. Und ganz wichtig ist, ein Mensch braucht keine Schmerzen haben. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch Möglichkeiten der Stimulation im Rückenmark. Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Ihnen zu helfen. Aber eine der einfachen Möglichkeiten möchte ich Ihnen nun vorstellen, und das war eigentlich ein Zufallsbefund. Das ist die sogenannte Hochtontherapie. Die wird auch abgekürzt als Hochton externe Muskelstimulation, HTEMS. Und das ist vor sehr vielen Jahren, hatte ich mal eine Idee, mehr Personen zur Muskelbewegung zu bringen. Wir wissen, dass Personen, die einen Diabetes haben, wenn die sich mehr bewegen, dass die dann halt deutlich bessere Blutzuckerwerte haben. Und insofern habe ich mir verschiedene Geräte angeschaut, bin auf dieses Gerät gestoßen, habe von der Firma auch eine Unterstützung bekommen, indem sie mir Geräte zur Verfügung gestellt haben, weil die sind sonst relativ teuer. Und ich habe dann bei Patienten angefangen, sie mit dieser Hochtontherapie zu behandeln, weil ich dachte, wenn die das regelmäßig machen, dann liegen sie am Sofa und die Muskeln werden kontrahiert. Und das wird auch in der Sportmedizin eingesetzt. Und wir haben auch zeigen können, dass die Patienten, die so behandelt wurden, ein bisschen bessere Blutzuckerwerte entwickelt haben. Das haben wir auch in einer wissenschaftlichen Studie publiziert. Und die haben auch sogar ein bisschen Gewicht abgenommen. Aber, und dann wurde es spannend, also erst mal, wie funktioniert das? Vorneweg vielleicht die klassische Elektrotherapie, das sind diese Geräte, die Sie vielleicht auch so manchmal in der Werbung sehen, wo man so angeblich solche Brettbäuche bekommt, die arbeiten mit einer Frequenz. Die haben manchmal nur eine kleine Batterie drin und das tut dann manchmal auch richtig weh. Das Verfahren, dieses HTEMS, arbeitet mit einer Frequenzmodulation. Innerhalb von wenigen Sekunden verändert sich die Frequenz von 4 Kilohertz auf 32 Kilohertz. Das heißt, die geht in viel tiefere Schichten und dadurch kommt es hier zu einer sehr angenehmen Kontraktion in den Beinen. Und die Personen, die das machen, wir erleben es immer wieder, dass die einschlafen, weil das wirklich entspannend ist. Das muss man sich erst mal daran gewöhnen, dass plötzlich die Muskeln sich bewegen, ohne dass man von oben den Impuls gibt. Ja, N gleich 1. Also wir haben das eingesetzt, weil wir Personen mit rezeptfreien Möglichkeiten dahin bringen wollten, dass die Muskeln aufgebaut werden, dass sie dann vielleicht wieder mehr Sport machen können, dass sie daraus auch positive Impulse bekommen. Und es kam ein Patient zurück aus dieser Studie und ich erinnere mich noch, wie er kam und sagte, das Gerät ist gut. Das war ein typischer Düsseldorfer. Und da sage ich, warum ist das Gerät denn gut? Sind Ihre Blutzuckerwerte besser geworden? Ja, so ein bisschen, aber ich kann wieder durchschlafen. Und dann kam heraus, dass er, seitdem er dieses Gerät genutzt hat, diese nächtlichen, einschießenden Schmerzen nicht mehr hatte. Er hatte zwar immer noch so ein bisschen Kribbeln, er sagt, das ist nicht weg. Dann haben wir ihm das Gerät wieder weggenommen und ein paar Tage später kam er wieder und sagte, jetzt will ich das Gerät wieder haben, meine Schmerzen sind wieder da. Es war also keine Heilung, sondern es war nur eine symptomatische Therapie. Und als er es dann wieder angewendet hat, dann sagte er, es ist wieder gut. N gleich eins. Und wir haben ihm geglaubt, wir haben daraus an eine kleine Studie gemacht und das Ergebnis der Studie war, wir haben das gegen ein anderes Verfahren getestet, aber da möchte ich gar nicht so im Detail drauf eingehen. Im Jahr 2005, das sind jetzt auch schon ein paar Jährchen her, da haben wir 21 Personen behandelt. Die einen bekamen eine Verfahren, die bekamen das TENS-Gerät, die anderen bekamen halt dieses Gerät. Wir haben in 80 Prozent der Fälle eine deutliche Besserung gehabt. Wir haben dann, das ist dieser blaue Bereich, 80 Prozent der Patienten haben gesagt, das ist gut, die Beschwerden sind deutlich besser. So, jetzt haben wir diese Studie publiziert und dann gab es einige andere Kollegen aus anderen Universitäten, die haben das dann nochmal bestätigt. Wir haben selber Studien gemacht, aber die Universität in Würzburg und in Heidelberg haben das auch durchgeführt. Und wir haben dann gesehen, dass hier, und das sind relativ ähnliche Ergebnisse, dass ungefähr zwei Drittel wirklich einen Erfolg hatten. Also 80 Prozent war der erste Befund, aber wir sehen halt in den anderen Universitäten, dass halt da auch so um die 70 Prozent einen Erfolg hatten. Und das ist im Endeffekt ein Verfahren, was keine Nebenwirkungen hat. Man legt es an, man darf nur, wenn man einen Herzschritt macht, oder da kann man das auch durchaus machen, aber wenn man so einen Defibrillator hat, dann sollte man das Gerät lieber nicht nutzen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine Kontraindikationen, keine Bedenken, wo man das nicht einsetzen kann. Und ich kann eigentlich nur sagen, wir haben ganz, ganz viele Patienten, die einen Diabetes haben, aber, weil wir damit immer wieder auch in die Presse kamen, sind auch Patienten zu uns gekommen, die andere Ursachen haben. Und auch bei denen ist die Erfolgsrate vielleicht nicht so hoch, aber bei Diabetes ist sie besonders hoch. Wenn wir uns dann auf dem nächsten Grafik anschauen, wie sollte man das machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir bieten es bei uns im Zentrum an, dass die Patienten das erst mal eine halbe Stunde oder eine Stunde bekommen. Wenn sie so ein Gerät zu Hause haben, das können sie. Ich werde Ihnen gleich noch eine Internetadresse zeigen. Können Sie es sich selber auch bestellen oder mieten? Wir empfehlen immer erst mal so täglich eine Stunde, das einzusetzen und zu schauen, wirkt das. Und wenn es wirkt, dann wirklich, wir sehen, dass es im Laufe der Zeit immer wieder zu einer Verbesserung kommt. Also am Anfang ein bisschen intensiver, aber es ist wichtig, das regelmäßig zu machen. Ich habe noch einen anderen Fall einer Patientin, die über ein Jahr das genutzt hat. Es ging ihr super gut. Dann ist sie auf eine Kreuzfahrt gegangen. Das waren solche Geschichten, die im Kopf bleiben. Und ihr war das Gerät zu groß, um mit auf die Kreuzfahrt zu nehmen. Und sie sagte mir, sie war 14 Tage auf der Kreuzfahrt, dass sie nach zehn Tagen wieder die gleichen Beschwerden hatten, wie sie vorher hatte. Also eine symptomatische Behandlung. Wie das funktioniert, wissen wir gar nicht so genau. Möglicherweise werden im Gehirn Bereiche aktiviert, die dann wieder Dinge ausgleichen, die durch die Polyneuropathie entstehen. Ja, wir haben sehr viele Pressemitteilungen bekommen. Wir haben manchmal auch Patienten, die dann die Presse informiert haben und gesagt, wir haben hier ein tolles Verfahren. Warum berichtet ihr nicht darüber? Das ist für uns in der Diabetologie immer eine sehr schöne Sache, wenn wir Patienten, die Beschwerden hatten, wenn die dann zurückkommen und sagen, ich kann endlich wieder aufatmen, mir geht es deutlich besser. Dieses Verfahren, werden Sie sicherlich sagen, wo bekomme ich das? Ich werde Ihnen gleich noch eine Internetadresse zeigen. Das Gerät ist ein Heimgerät. Es führt auch zu einer Anregung des Stoffwechsels. Wir konnten zeigen, dass der Blutzucker sich etwas bessert. Die meisten Patienten schlafen ein. Die machen das manchmal kurz vor dem Schlaf. Und wir wissen halt auch, dass es eine gewisse muskelaufbauende Wirkung hat. Und wie gesagt, wir haben auch bei einigen Patienten eine Gewichtsreduktion gehabt. Ja, es brennt, es kribbelt. Und wenn man das anwendet, geht es bei mir schon besser. Diese Internetadresse, da sind noch weitere Informationen. Ich wollte Ihnen einfach nur diese Informationen wertfrei darstellen. Vielleicht nutzen Sie es einfach mal, versuchen Sie es einfach mal einzusetzen. Nicht nur Medikamente helfen. Und hier haben wir den wahnsinnigen Vorteil, dass die Nebenwirkungen, wenn man wirklich, und diejenigen, die einen Defibrillator haben, weil sie eine Herzschwäche haben, bitte so einen Teil nicht einsetzen. Aber bei den anderen ist das ohne Probleme einzusetzen. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Bleiben Sie gesund. Und ich wünsche Ihnen weiterhin eine möglichst rezeptfreie Zeit. Ihr Stefan Martin